Herzlich willkommen in der Eiszeit. Stellen Sie sich vor, Sie sind vor rund 13.000 Jahren hier unterwegs im Brudertal bei Engen mit Ihrer Gruppe. Es ist kalt, drei Grad, so kalt wie am Polarkreis. Sie suchen Unterschlupf in diesem Felsvorsprung, dem Petersfels. Dort lassen Sie sich nieder mit Ihrer Gruppe und warten, bis die großen Rentierherten durch die Talenge kommen. Ihre Zeit verbringen Sie außerhalb des Jagens und Sammelns damit, Werkzeuge herzustellen und kreative Ideen zu entwickeln. Sie gestalten auch wunderbare kleine menschliche Frauenfiguren aus gargat versteinerter Kohle und kreieren somit eine der ersten künstlerischen Ausdrucksformen der menschlichen Gestalt. Ja, die Vorstellung des primitiven Höhlenmenschen, werfen Sie sie über Bord. Ja, die Vorstellung des Höhlenmenschen, werfen Sie sie über Bord. Ja, die Vorstellung des Höhlenmenschen, werfen Sie das Bord. Ja.